Hallo liebe Kryptonauten, hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Kryptonauten Basic Video. Heute geht es um das Thema, was sind Stablecoins. Stablecoins sind Coins und Tokens, die einen gewissen Wert widerspiegeln. Und da gibt es ganz klar drei Varianten. Die dritte ist noch so uninteressant, dass wir erstmal auf zwei Varianten eingehen. Die erste Variante ist ein Stablecoin, der einen klassischen Wert abspiegelt, zum Beispiel der US-Dollar Tether oder US-Dollar Coin, die den Wert eines US-Dollars widerspiegeln. Ein Tether und ein USDC sind immer ein Dollar. Dann gibt es noch Digix Gold, die genau einen Gramm Gold als Wert widerspiegeln. Dann gibt es die zweite Variante von Stablecoins, die abgesichert sind durch Kryptowährungen. Als Beispiel dazu hätten wir MakerDAO's DAI. Der DAI-Token ist abgesichert durch Ethereum. Der DAI-Token spiegelt immer den Wert von einem Dollar wieder und ist gesichert durch viele Ethereum und nicht durch Dollar direkt, aber spiegelt immer den Wert von einem Dollar wieder. Stablecoins werden oft dazu benutzt, um in die Kryptowelt überhaupt reinzukommen. So gesehen, ich habe Dollar und tausche diese direkt in Tether oder USDC um und bin dann schon in der Kryptowelt drin und kann diese ganz einfach und bequem in Bitcoin, Ethereum usw. umtauschen. Somit ist durch diesen Stablecoins der Weg in die Kryptowelt viel einfacher gemacht. Mit Stablecoins könnte ich auch mein Preisziel in gewissen Coins absichern, indem ich hingehe und nach der Steuerhaltefrist meine Coins in den USDC oder USD oder in den DAI umwandeln und somit könnte ich meinen Wert sichern, wenn ich sage, mein Wunschziel ist erfüllt und könnte dieses dann auf lange Zeit sichern und sobald der Bärenmarkt kommt, könnte ich auch wieder zurücktauschen in den Token oder Coin meiner Wahl. Das nur als kleiner Hinweis, was es für Möglichkeiten mit Stablecoins gibt, aber die erste Variante ist die oft und meist genutzeste. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video wieder einiges lernen und einiges mitnehmen. Bitte denkt ans Liken, Abonnieren und kommt in unsere Gruppen, nutzt unsere App und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.